Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Little Miss Fortune. Unser ewiges Glück wurde geklaut in diesem Grab von Mr. Bubbles. Ich frage mich übrigens, wo Mr. Bubbles stattdessen hin ist. Und wir sollen jetzt den Fuchs finden, der ist angeblich, also Benjamin, der angeblich das Glück geklaut hat. Ich bin aber skeptisch, ob das wirklich so ist. Wenn ungeliebte Kinder in der Dunkelheit suchen, was sie verloren haben, warum sie Schmerzen haben. Ich finde es auch komisch, dass der Erzähler diese Puppen quasi nicht sieht. Hier ist ja schon was Verdächtiges. Okay, da können wir reingehen oder so. Ich möchte bloß erstmal schnell schauen, ob hier noch irgendwas... Aha, da, that hole, looks very much like where the Fox would hide the prize. You mean I should go down there? Yes, don't worry. Nothing bad will happen. Nothing bad at all. Okay, you sound very sure. I'll trust you. Hier ist doch extra ein Schild, als würde der Fuchs nicht wollen, dass man dann lang geht oder so. Lass uns erst mal das hier kurz kontrollieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass das was Böses ist. Okay. Oh, dieses Puppe ist los. Ich nehme es für mich. Vielleicht funktioniert es irgendwo anders. Kann ich das wieder reinstecken? Okay, was ist das? Warte, lies nochmal vor. Wir nehmen das mal wieder mit. Wir müssen jetzt quasi in das Loch hinuntersteigen. Oder können wir irgendwie außenrum? Ne, ne? Ne, wir müssen runter. Ich weiß nicht, warum Benjamin will steal my prize. Vielleicht ist er nicht so glücklich sein. Aber ich brauche das glücklich sein. Und für Mama. Hallo? Anybody da unten? Oh, das war so glücklich. Oh, das war so glücklich. Voll stimmungsvoll mit den Teelichtern und so. Okay. Oh, nein. Warte, vielleicht finden wir sie nochmal. Wir gehen einfach bis hier hinter. Nein. Ich finde es gut, wie das so mitwippt, das Heu. Okay, was ist das? Warum sollte ich Fuchsabwehrspray brauchen? Okay. Kann ich das nochmal machen? Okay. Ne, wir benutzen das nicht. Benjamin! Ich meine... Ja... Wo bin ich? Was ist passiert? Der gefährliche Fokke hat dich. Benjamin hat mich? So ist er wirklich ein schlechtes Fokke? Ja, ich sagte dir. Der Fokke ist schweig. Ja, vielleicht soll ich dich hören. Wir müssen noch ein Fokke finden und zurückkehren. Vielleicht können wir dort leben. Ja. Gib mir ein Moment und ich werde zurückkommen. Okay, ich gehe einfach um. Wachen wir mal in unser Kotze auf. Können wir was machen damit? Nee. Können wir nach rechts weiter gehen? Nee. Na dann gehen wir einfach nach links. Open Fields... Bladed? Bladed? Das heißt, es ist aus Open Fields. Lokaler Künstler G.M. Nach Vorfall im Ruhestand. Mein Sohn wird vermisst. Vogelinvasion. Wir haben nicht gewonnen, aber wir hatten Spaß. Achso, das gehört nicht zusammen. Oh lol. Kann ich es schieben oder so? Nee, kann ich nicht. Okay. No. Der Fingerzeigvogel. Ein Papagei, eine Eule, ein Eisbär, kleine Erdmännchen, Wolf und ein Elsch. Bus 562, dann kommen wir in den Zoo. Müssen wir uns merken. Okay. Kann ich das mitnehmen nochmal oder so? Nee, glaub nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, ob wir sowas wie ein Inventar haben oder so. Und hier Ikea einfach nur an sich. Okay. Werbung und so. Wie kam ich zum Town Center? Ich habe dich hier. Aber wie? Du bist nur eine Voice in meinem Kopf. Ein Voice? Nein. Ich kann mehr als das tun. Probe es. Ich muss nichts tun. Du musst nichts tun. Whatever du sagst, Mr. Voice. Fine. Du wirklich willst, was ich tun? Ah, wait. Meine Schuhe. Da. Da. Du bist es? Ich bin einfach nur eine Voice in deinem Kopf. Miss Fortune. Oh, was? Du bist es? Du bist? Ich bin sorry. Ich hatte ein Schuheizproblem. Ah, was wir gehen? Ja, wir gehen. Mal gehen, dann. Okay Ich finde die Namen auch echt süß gewählt Oh, können wir echt reingehen? Ach, das ist so ein reiner alkoholischer Getränkeladen-Dingens, ha? Sie umarmt Fremde an der Mülltonne? Der Mann hat seine Wallet verabschiedet. Was willst du tun? Warte, Herr, du verabschiedest deine Wallet. Okay, was ist das? Winner, winner, chicken dinner! You win. You win. You lose. No. Charter. No. Happy face. It says, let's face it. Sometimes we're just too tired to smile. Use happy face and stop pretending. Okay. Das mag den nicht. Der ist irgendwie... Ziemlich oft in unserer Nähe. I know who wants this store. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while, though. Okay. Der ist der Typ mit den Lottozahlen, oder? Boah, guck mal, hier sind noch zwei weitere Kinder. Die beiden sind neu. Den haben wir schon gesehen. Das ist der von dem Aufgehangenen, Bambini. Die mit den schönen Haaren und der, der auch am Friedhof war. Schaut mal, hier sind die ganzen Puppen und sowas alles. Wartet mal. Du bist auch ein Vater von irgendjemand von denen, oder? Look, even more missing children posters. So many. I wonder what they're missing. Oh, don't you worry about them. I'm sure they will all turn up one day. You think so? Of course. I don't know, Mr. Voice. This is starting to smell mysterious. Okay. Who was this? Ah, look. We have to wait two minutes. Yikes forever. I can't wait to meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved. And that Benjamin should be ashamed. That sounds great. Das ist ja megacool, wenn sowas wirklich existiert bei denen. It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. I'm eight, so I'm good. Great. Du bist schon acht? Now that I think about it. Maybe you'll need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Ah, okay. Are you like 20? Yes, more or less. Ah. Okay. Wenn man sich ein Happy Face kauft, warum sollte man dieses kaufen? Should I sit down and wait? Do as you please. Okay, thank you. Warte, warte, ich will jetzt gucken, was hier noch ist? Haha, check this out. That street is called Dickons Road. Haha, got it? Dickons Road. Dick. Miss Fortune. Ah. Okay, dick wie dick oder dick wie dick. Hey, hello. Okay, weiter hinten ist aber nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir uns ein bisschen hier auf die Couch. Couch, vor allen Dingen auf den Dingens hier. Auf die Bank. Oh, shit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can imagine. You have very small feet. Hm. Yes. I'm a little lady. That's what I am. Check those old ladies out. They're a little scary, don't you think? Honestly, I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses the same mask. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Nah. Maybe. I don't know. The bus is here. Hm. This bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying, Kiribadokodassuka. You're really funny, Miss Fortune. There is no such thing as ghosts. Kiribadokodassuka. Hey, Miss Fortune, look. There's a bunch of cows on the field. Oh, I love cows. I love cows. Oh, I love cows. Oh, that's so cute. Oh, that's a little poo-crap. Real for your way, little baby cow. What is that? Oh, unlucky things seem to happen all the time. Das war voll die South Park Szene irgendwie, oder? Oh, was? Hat sie gesagt, dass Mami ihre Boobies zeigt, aber sie hat ja noch keine Tiddies? Alter, was zur Hölle? Gibt es hier hinten noch was zu gucken? Oh Gott, oh Gott. Na dann, legen wir los. Okay, wir gucken aber erstmal rum, was es hier noch so gibt, die Vermissten-Poster. Okay, ich dachte, es kommt noch was dazu. Okay, das ist der Typ, den wir ablenken sollen. Geht es hier in den Zoo rein? Nee, oder? Eww, Yake. No Tickets, only Yake. No, okay. Boah, ich würde lieber lügen, um ehrlich zu sein, anstatt halt was kaputt zu machen. Aber liebe Leute, ich würde sagen, diese Entscheidung treffen wir nicht mehr in dieser Episode, sondern in der nächsten von Diddle Miss Fortune. Bis dann. Tschüss